Hallo und herzlich willkommen zum Live-Let's Play von Heroes Reborn Gemini. Ich grüße dich herzlich hier auf YouTube. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir befinden uns wieder, wie du siehst, hier unten. Da sieht man es gerade on-air. Wir befinden uns wieder im Live-Let's Play. Ich drücke eine beliebige Taste und... Oh, Atomexplosion! So, ich weiß gar nicht, worauf wir uns hier einlassen. Ich habe es einfach mal runtergeladen. Ich habe es heute ganz kurz mir angesehen. Und angeguckt... Ach, guck mal, ich kann jetzt schon mal den Gamma-Wert sogar noch ein bisschen runterdrehen, damit es so im Video und... Ja, das passt doch alles. So, annehmen. Schwierigkeitsgrad normal. Ja, das passt. So, wir machen ein neues Spiel. Achso, warte mal. Können wir eben gucken wie ein Untertitel, damit ich das jetzt nicht hier spiele. Okay, Audio. Ich habe mal auf volle Pulle gestellt. War, glaube ich, auf 80 bei den Standard-Einstellungen. So, äh... Ja, das passt alles. Okay. Untertitel, denke ich mal, sind an. Wir drücken ein neues Spiel und dann geht es auch schon los. Ich bin sehr gespannt. Stufe 1. Ähm, was? Sieh durch die Zeit, bevor du durch die Zeit springst. Ist ein guter Tipp. Äh, ich bin ein bisschen durchsichtig, nicht wundern. Ähm, vielleicht werde ich auch so gleich nochmal ein bisschen umstellen, weil, äh... Ja, aber man sieht mich ja trotzdem. So ist es ja nicht. Ähm, das hat ein bisschen was mit Zeitspringen zu tun. Also, äh... Zukunft und, ja, ich glaube, Gegenwart und sowas alles. Und das wird, glaube ich, richtig lustig. Und vielleicht werden wir ja jetzt ein Intro-Video sehen. Ich bin... Ich bin sehr gespannt. Und ansonsten... Der von euch freut sich dann auf No Man's Sky. Vorbestellt. Jetzt halte ich mal meine Klappe. Hast du sicher, dass dieses Platz abgewandert, Alex? Ja. 99,9%. Dann, warum sind wir es auf dem? Besser sicher, als sorry, oder? Du bist nicht schäuert, bist du? Nicht sogar ein bisschen. Okay, dann. Folle ich mich. This way. Ich glaube, wir müssen uns auf und überlegen. Hey, check this out. Wir können hier durchgehen. Du wirklich nicht mehr mit mir kommen. Piece of cake. Du wirklich nicht erinnert etwas über deine Eltern? Nein. I had a pretty bad accident, when I was about 12. Everything before that. It's a total blank. Hey, Cass. Check out the full moon. Hä? Was? Sehen. Okay, den rechten Stick zum Verwendungsmuseen. Sollen wir eigentlich hier sein? Ey, warum bin ich so klein? Hä? Warum ist er so groß? Den Vollmond. Welchen Vollmond soll ich denn ansehen? Warum zappelt der so? Der hört wahrscheinlich gerade David Guetta oder so. Ich, äh. Ja, zum Umsehen. Ja, schön. Wo soll ich mir denn den Vollmond ansehen, bitte? Wo soll ich denn sein? Wo soll ich denn sein? Wo soll ich denn sein? Oh, wirklich? Und wer ist das, 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 genau? Ähm, Eskimos? In, äh, Greenland? Äh, Alex. You know, I can always tell when you're making things up. Okay, okay, guilty as charged. I just, know how important finding out about your parents is to you. You seem kind of nerfed out. How could I not be? I've been searching for information about them my whole life. If there's any clue in this place, I'm going to find it. Huch. So, umherbewegen mit dem linken Stick, okay. Aha. Wir dürfen hier also eigentlich auch nicht sein. So, die Firma, die du für workst, bought this place? Was war es vorhin? Ein Department of Agriculture Office. Renata's Corp. Wie der gesprungen ist, ne? Hm? So. Okay, wir sollen also rausfinden, oder wir sind gerade auf dem Weg. Ich erklär's nochmal kurz. Ähm. Äh, was mit unseren Eltern passiert ist, oder, äh, ja, wo unsere Eltern sind. Und das versuchen wir gerade hier rauszufinden. Bei dieser Firma hat er wohl Informationen herausgefunden, was mit unseren Eltern wohl passiert sein sollte. Ja, willkommen zur Let's Play Live Show. Jeden Freitag im Samstag, 20 Uhr. Und zum Live LP. Auch auf dich. Äh, auf dich vor allem. Bei dir, YouTube. Restricted Area Warning. Aha. Hm, hm, hm. Ja, wir dürfen nicht sein hier. Ist, äh, verständlich. Und das sieht echt hübsch aus. Also. Das ist echt hübsch. Alter Schwede. Äh, wo ist er denn jetzt? Ach, da. Warte auf mich. Warte. Äh, wie kann ich denn rennen? Anscheinend noch nicht. Dürfen wir noch nicht. Hey, check out these dope smart glasses. A bunch of Renata's employees were picked to field test them, and I got lucky. Just don't blog about them or anything, or I'll get so fired. And then sued. And then who knows what. Hey, what are friends for if not to keep secrets? Cool. These glasses are sick. Totally. They've got all the same features as a next-gen smartphone. It can text, surf the net, take photos and video. Even keeps track of your vitals. Whoa. Voice detects conversation. So baller. You like it? Check this. Look at me for a few seconds. Mm-hmm. These glasses totally ID'd you. It uplinks to the cloud and searches photo and video data from social media accounts. Uses facial recognition to determine who you're looking at. I guess Big Brother is watching us after all. No. Trust me. Renata's corporation is all about saving the world from itself. The company motto is literally, doing good is good business. Check this out. Just keep your eyes on me while I walk over here out of your line of sight. It locks on to somebody and predicts, where they're headed. Kind of freaking amazing. Right? There's a ton of other stuff you could do as well. Hold on. What was that? Did you hear that? Ich muss mal kurz pausieren. Kleinen Moment bitte. Ich muss mal ganz schnell in den Einstellungen. Diese Durchsichtigkeit der Kamera. Das ist auch ein bisschen viel. Ich werde das mal eben umstellen. Kleinen Moment bitte. Ich werde das mal ganz weg machen. So, dann ist das auch ein bisschen besser. So, dann spielen wir direkt weiter. Hier ist doch... Oh, äh. Okay, wir haben so eine coole Brille von ihm gekriegt, die er alles scannen kann. Kann ich den scannen? Unifor, stand bei. Oh, ich copy. Okay. Wege dich gemeinsam mit Alex und lasse dich nicht von den Wachen sehen. So, wie ist denn so die Stream-Qualität? Würde ich jetzt gerne mal wissen von euch. Hüpp, äh. Jetzt können wir endlich rennen. Haben wir gelernt zu rennen. So. Der kann aber auch nicht hören, ne? Ist unfassbar. Ich glaube, wir haben hier nicht so viel Wahl. Na toll. Was? Weil hier geht so leicht pixelig bei uns. Okay. Ähm. Passt auf. Dann machen wir das so. Wir müssen noch ein bisschen jetzt... Damit ich jetzt nicht die erste Aufnahme nur neun Minuten habe oder so. Spielen wir noch ein bisschen. Und, äh. Und dann werde ich gleich nochmal den Stream neu starten. Und dann machen wir das gleich nochmal neu. So. Aber ich sehe es gerade auch, dass es sehr pixelig ist. Ja, es pixelt ein bisschen. Das kriegen wir gleich hin. Das kriegen wir gleich hin. Wie gesagt. Ich nehme jetzt erstmal so die erste Folge auf YouTube. Und dann, äh. Starte ich gleich mal neu. Äh. Wie komme ich da rauf? Es ist leichter, als es sieht. Höh? Okay. Es ist einfach, als du aussiehst. Lauf einfach auf die Mauer entlang und, äh, schleudere das Nougat. Äh, schleudere drauf. So. Komm schon. Sind Sie schuldig? Boah, ist schon echt hübsch. Erinnert mich gerade ein bisschen an The Evil of In. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Was ist das denn hier? Warte mal. Ich wollte dann eben ausreden lassen, zum Interagieren. Ah, ein Geheimnis gefunden. Cool, wir haben ein Geheimnis gefunden. Wie geil. Cool. Höh? Erinnert mich auch ein bisschen an Mirror's Edge, muss ich sagen. Mit dem Laufen so ein bisschen so. Cool. Da ist wieder ein Geheimnis. Warte mal. Mh, mh, alles ist schlecht. Okay, nicht nach unten sehen. Höh? Okay. Das klappt so. Warte. Höh? Du, bist verrückt. Boah, ist das hell. Komm mir gerade vor, als ob die Atomexplosion gerade hier passiert. Warte mal eben. Ich muss es mal dunkler stellen. Das ist doch unglaublich. Ähm. Video Einstellung. Dass es doch so arg hell ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Übernehmen. So. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen besser. Ja, das ist schon besser. Ich habe Freunde und alles, aber niemand mag dich. Wenn du nach unten gekommen bist, du kennst, 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 Okay, wir können sehr weit springen. Abenteuer im Wunderland. Ducken erschwert es, den Wachen dicht zu sehen. Das ist ein guter Tipp. Ähm. Okay, gerade eine Trophäe erhalten. Alter Schwede. Stufe 2 vor allen Dingen jetzt schon. Ich denke mir mal, dass wir jetzt erstmal so ein bisschen alles beigebracht kriegen, wie alles funktioniert. Ja, wie gesagt, ich werde gleich den Stream einmal ganz schnell neu starten und dann, ähm, kriegen wir schon hin, dass die Quali wieder ein bisschen besser ist. Ich habe auch ganz vergessen, heute die Geschwindigkeit zu testen. Cassandra? Kannst du mich hören? Ja, hier. Cass! Ich bin hier. Sag etwas. Ich bin okay. Ich bin okay. Es hat nur die Wind haben, aus mich zerbrochen. Du bist wo du bist. Ich find dich. Ich find dich. Daher probierst du mir dich. Oh, nein. Oh, Gott, wir sind in Schaden. Hey, Luschen, ich kann das zu erklären. Ich habe einen Bezug. Ich habe einen Regen. Warte, warte, hör, bitte, bitte, mich nicht verhörst. Wir wussten, dass jemand hier noch. Oh, Gott. Alex. Ähm... Alex! Wow! Holy... What is... Stop! Leave him alone! Where are you taking him? This is all a terrible mistake, please let him go! It's like they don't see or hear me. Ah, ist ja krass. Okay, wir sind also jetzt in einer anderen Zeit, so wie es aussieht. Ähm... Wann kommen endlich die mutanten Raketenwerfer mega krassen Endbosse? Keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall sind wir... Alter, wie hübsch das ist. Äh, wir sind jetzt irgendwie in so einer anderen Zeit, auf einmal geschlüpft und schwupps sind wir hier an einem Ort. Ja, ich sag mal, wo es noch hübsch war und nicht gebrannt hat, so wie ich es gerade gesagt hatte. Ah, ist ja faszinierend. So, gehen wir mal... Okay, mit R3 können wir uns ducken. So, jetzt sind wir auch schon... Okay, wir müssen Alex finden. Wenn ich durch die Zeit blicken kann... Aha, Gesundheit hat sich jetzt aufgefüllt. Drücke Kreisbunden... Zu... Ah, da. Ah, wir können also in die Zeit gucken und so sieht das also aus jetzt... Ist ja krass. Äh... Okay. So können wir also in die Zeit gucken. So sieht das also jetzt aus. Und so sah es mal aus. Äh, das ist verdammt cool und verdammt faszinierend. Und ich würde sagen, äh, wie es hier weitergeht auf YouTube schaltest du in der nächsten Folge wieder ein. Es bleibt total spannend. Und ich freue mich riesig drauf. So geil. Bis dann. Ciao. Bis dann. Musik Hilf. Bau! .